Ich bin Bernhard Eschbamer von der Firma Eschbamer Forst- und Gartentechnik. Euch will ich heute mal ganz was Besonderes zeigen. Für die kleinen Fans haben wir auch die passende Husqvarna Säge. Am Anfang ist sie ein bisschen gefährlich, wenn man mit der größeren vom Papa arbeiten möchte, aber die wollen ja meistens auch mitmachen bei der Arbeit und da hat Husqvarna eine schöne Spielzeugsäge auch im Programm. Kann nichts passieren, ist eine Gummikette, ist wie bei der richtigen Motorsäge, Sicherheitshebel drücken, dann hat sie schon den schönen Sound und wenn sie unten drückt, dann läuft auch die Kette mit. Jetzt für Weihnachten ist das ideale Geschenk für den Junior oder wenn er mal Geburtstag hat, da freut er sich sehr. Oder wenn man mal einen Erwachsenen einen Gutschein schenken möchte, das habe ich auch immer wieder, dass man einen Gutschein schenkt für eine Säge und man weiß jetzt nicht was für eine der haben möchte, eine kleinere Säge oder eine größere Profimaschine. Dann kann man so eine Spielzeugsäge kaufen und dazu einen entsprechend Wertgutschein. Dann kann man das einem Fan schenken und der sucht sich dann für den Gutschein die entsprechende Säge raus. Oder wenn er was stärkeres haben möchte, kann er natürlich was aufzahlen und auch eine größere Säge kaufen. Da kann man die Kleine so als Gag dazu tun. Kommt sehr gut an, macht viel Freude und die Kinder haben auch sehr viel Spaß mit so einer Säge. Denkt daran, Weihnachten ist nicht mehr weit, bestellt es rechtzeitig, weil vor Weihnachten kann es manchmal auch zu Lieferengpässen kommen, wenn die Nachfrage sehr hoch ist. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch jetzt schon mal frohes Fest. Es ist ja nicht mehr ganz so weit hin und ihr werdet euch rechtzeitig mit Geschenken versorgen, dann habt ihr vor Weihnachten keinen Stress mehr. Danke! Ich wünsche euch noch den glyminden Erdogan zu arbeiten und zum Beispiel 4-4-5-6-7-w7-b105-m1-4-b105-b105-b105-b105-b105-b105-b115-b105-2b105-bd105-5.000, bis zum Beispiel 1-0-7.000. Vielen Dank.